schön dass ihr eingeschaltet habt dann schon wieder bei seiner boom und vielleicht um hallo und jetzt mal hier und dann sozusagen erstmal ist man zu euch rein geht er einfach um macht nicht so freche haben wir schon mal von der ober einfach und da bb mit mir noch schnell war es auf der paket gefunden ja die ist da drin ach du heiliger und da russ so kommen lassen wir uns am anfang komm her weil es war bereits eine waffel silent killer nein ich will nur beschützen hier ist ein pferd hier war noch keiner ok wir kommen um vorne vor nicht rum so hier ich habe 50 bekommen die schlecht hier mal direkt nach vor das haben wir heute uns was sie ist es ist ein reizwaffeln verschluckt wird mein gott die lebte doch noch da bin ich wieder was jetzt ein reizwaffeln verschluckt ja da ist irgendwie die krummeln und das hört so ein kleines krümelchen beim einatmen so nach hinten ich wusste noch nicht genug ich wusste noch mehr was muss man kann ein bisschen was essen mir ging es gerade nicht so gut ja ist es mal deswegen wenn ich mal kurz ein bisschen stehen leider ist daran dass ich meine reiswaffeln abbeißen so und ich wollte schon mal links hier hier sind ein paar hunde ja ich habe auch kein gift dann lasse ich die mal da liegen nehme ich einen anderen hinweis ich habe mir im blok bei mir offen da sind sich nicht die kriege ich meinst ach die meinst du sagst die war so hoch ach man das wasser doch ich habe sie nicht in den orten sorry nee jetzt sicher nicht 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 bellen aber warte mal ne ich spüre ich von vor hatte so gut natürlich hat sich ich glaube man hat sie auch von stück so gut da vorne ist ein ding nein ihr habt es erst gesehen ne noch da geht's doch gut schon nein ihr habt es erst gesehen nein ihr habt es erst gesehen noch ne die nicht ich habe zuerst gesehen drei tonner halt davon über die partie was denn da los wir müssen nach helmlock ich habe hier noch irgendwas scheint gut zu sehen was zu reiswaffeln sind so aber schmecken so lecker die zombies müsste man so auseinanderfetzen können wie in der einländer ja ja es gut glaube ich euch okay zurück gegen 120 weiß ich hab ich hab gesehen ja auf dem dach vom umgefallenen haus gefallenen haus ja da ist so eine ruine die hat einen armbrust der ist näher dran ich hab dem headshot gegeben den ein sehr gut aber hier ist einer mit der armbrust scheiße wirst du weiss nicht ich hab mal um diese flummen gehört der muss da oben liegen falls ihr wissen wollt armbrust kann doch maximal 20 meter sein oder nicht je nachdem wie hoch der zielt ja hier drin glaube ich auch in dem bums noch mal wissen wir davor ob ich oben drauf aber ein einer rennt hinten weg beim boss noch einer habe ich hinten rennen gesehen wer ist er noch ja ich treffe die nicht die hat eine armbrust da fahrt die armbrust oh pass auf muss man gut weg hier den waren schatz wir den muss man mit ihm healen ja die ist da oben am haus ist die dahinter aufpassen sie kann hier rumkommen ist er getroffen ja ja ist tot liegt hier tot noch mehr ich glaube es waren jetzt drei stück ach so ich habe verstanden noch mehr auch ich habe nach looten oder und er hat nicht bei ich habe gut ruhig ich habe eingelotet ja schütze richtung 0 hier liegt noch einer der lute ich er hat eine durch voll zwischen müssen auch raten auf die man kann erst mal was sich im wund schiebt echte freche rauben kann ich warten hier special was wo was special wo äh da irgendeiner hast du noch ein headshot gegeben gab was ja er war nachschub er war in seinem haus was ja auf dem boden lag wo ist denn hier ein dach auf dem boden lag wo ist denn hier ein dach auf dem boden was was weiß ich gar nicht gibt es denn ich muss noch mal zeiten stelle zurück hier will ich schon mal keine leise da war das das hier ich sehe nichts keine ahnung wo war denn der hier oben ist auch keiner drauf ich glaube du hattest irgendwas eher hier so gepinkt gehabt ja hier liegt da hier liegt da ja genau ich würde sagen irgendwas hast du doch eher hier so gepinkt hier er loote hier beide mal ich höre irgendwo rabe oh Gott Hilfe ein rabe Raben ey die kommen rüber ach deswegen höre ich die hier liegt noch ein bounty ja nehmt das mal ich sehe sie ok ich ich stelle kurz ein paar fallen auf äh da schießt was nein ich fähre jetzt mal runter war das da unsere Schüsse das war ich übrigens ja ich habe geschossen ja ich habe einen down glaube ich what wirklich hier hinten an der Ecke ja er liegt da ok dann müssen wir theoretisch drüber hin der wird auch noch mehr sein ich halte ey mal kurz die Leiche auf es waren drei Leute einmal der der Creepy mit Oglazer einer mit schwarzem Umhang ja die sind beide ein bisschen aufgeteilt der will den bestimmt wieder aufheben ja ich versuche da hinzukommen der Leiche steht auf das schlecht liegt wieder sehr gut wo sind die denn da an der Ecke rechte Hausecke ok ja sind bei mir auf hab nicht geh ist glaube ich weggekommen ist glaube ich weggekommen scheiße ist ja aufgestanden oh nein lol ich bin tot ich auch von Wurzelhöhle ach man warum war der denn da jetzt er war dumm von mir ein super schmales Fenster wo ja ich glaube mich kannst du oben holen relativ safe ich darf nur wirklich nicht durch Fenster gucken oder zu nah am Fenster sein scheiße sind schon hier ja lad das mal gut in den Seitenladen auch oder so da hast du noch zwei Schuss in der Waffe oh fuck oh der ausgang ist weiter durch musste zum wusste naja kannst du schon wenn ihr was hinteren eine blutung ja 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 Was ist das? Schade, schade, gut gemacht Ja, sehr gut Wie viel waren denn da jetzt noch? Das waren die letzten drei, glaube ich Boah Schade So Fünf Stück Naja, beim nächsten Mal werde ich da nicht mal rein, ne Scheiße Schade, auf einmal auf der Ecke Das sagst du jedes Mal Ich weiß Danke So, schmeiß mal den Pott rein 518 Handdollar So, falls euch gefallen haben, lasst gerne ein Like, ein Abo, ein Lückchen, was nicht vergessen Um morgen um 13 Uhr zu anschauen, dann schalten, Tschüss Tschüss.